Ein Think Tank der vielen. Einer, der den Leuten nicht einredet, was die Leute denken sollen, sondern einer, der in ihrem Sinne nachdenkt. Think Tank? Denkfabrik? Was soll das eigentlich sein? Sowas wie das hier? Die Fabrik, das sind wir. Das sind unsere Köpfe. Wir arbeiten, kämpfen und forschen für die Interessen der vielen. Bei uns stehen eure Interessen im Zentrum. Nur um die geht's. Das ist keine Ego-Show. Wir glauben hier weder an irgendwelche Ideologien, noch arbeiten wir mit plumpen Feindbindern. Sozial ist verstärkt man. Leistung muss sich wieder lohnen. Wir machen politische Arbeit im ursprünglichen Sinne. Wir übersetzen komplexe Probleme und wir klären auf. Wir zeigen euch und der Politik Alternativen, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Und das alles auf der Basis von Fakten. Wir zeigen die Zusammenhänge, die die anderen lieber verstecken. Und wir recherchieren die Zahlen, die die anderen nicht herzeigen. Das tun wir nicht nur im Internet, nein. Ihr holt euch da ab, wo ihr seid. In ganz Österreich. Mit Vorträgen und Werkschaften. Herzlichen Dank für die Einladung. Wissenschaft im Dienste der vielen. Journalismus für die vielen. Damit all das bestehen kann, brauchen wir die Unterstützung der vielen. Wir sind nicht abhängig von Finanzindustrie oder Parteien. Nur von dir. Was alles auf dem Spiel steht, wenn wir nicht dagegenhalten, wie wir wohnen, wer uns informiert, wie wir und unsere Kinder leben, wie gerecht es zugeht. Moment mal, das stimmt ja wirklich. Politik bestimmt unser aller Leben. Nicht nur das der Reichen, die es sich richten können. Probleme, die niemand benennt, mit denen muss jeder alleine fertig werden. Lösungen, die keiner kennt, werden niemals umgesetzt. Und genau deshalb braucht es uns. Wir sind nicht abhängig von Finanzindustrie, sondern wir sind nicht abhängig von Finanzindustrie. Wir sind nicht abhängig von Finanzindustrie, sondern wir sind nicht abhängig von Finanzindustrie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020